Wie heißen eigentlich die zwölf Monate auf Englisch? Mal sehen, ob wir die zusammen kriegen. Es fängt an mit January, February, March, April, May, June, July, August, September, Oktober, November, December. So ähnlich klingen sie ja wie auf Deutsch. Ich versuch's nochmal. January, February, March, April, May, June, July, August, September, Oktober, November, December. Habe ich einen vergessen? Ich glaube nicht. Jetzt singe ich nochmal das Lied der zwölf Monate auf Englisch. Nur den Refrain erstmal. 1, 2, 3, 4 January, February, March, April, May, June, July, August, September, Oktober, November, and the last month is December. January, February, March, April, May, June, July, and August, September, Oktober, November, and the last month is December. Das war das Lied der zwölf Monate auf Englisch. So kann man sie sich vielleicht ganz gut merken.